hehehe Da hinten ist schon der Leichenhügel Ja Popelfetisch Was ist jetzt Doc? Du kriegst dir ins Auge Dafür ist der erste der sich... Warum hat Hannes auf einmal Doc seine Waffe? Ich hab dieselbe Ahhhh Damit sind wir nicht dieselbe Ich hab die mit dem 1-0-1 vernext Oh, ich hab auch immer ein Zelt in meiner Tasche Ich hab immer eins in der Hose Ja Doc, was hast du jetzt wieder gemacht? Ausgelockt? Ja, gestorben beim Server Restart Kann man mal machen Ich brauch mal kurz die Taschentürkose holen Ich bin jetzt dicker, ja Seht ihr mich schon? Seht ihr mich schon? Nö Hier liegt einer im Gras Ich bin tot Ich bin wieder als Frau Oh Ohne Mist Was für'n Fick? Okay Ähm Ich bin... Du bist zum Tod, was sollt'n das? In einer Ortschaft, wo eine Bullenwache ist Und rechts eine rostige Halle wie ein Starry Sabor Ja Ja, das soll ich machen Ich rufe mich tot Ja Warum bin ich jetzt tot? Hä? Ich bin tot Ja, ich auch Toll Irgendjemand hat... Ich... Ich hab's auf Video Aber irgendjemand hat gerade Irgendjemand mit einer Axt gehauen Ich... Ich war's nicht Ich geh mir das Video mal angucken Ich hab meine Axt in der Hand gehabt Und du hast gehauen Ich hab das gesehen Äh? Ich hab überhaupt nicht gehauen Ich hab das sogar drauf Äh? Ich... Guck mal da Bevor du mich haust und nicht aus dem Bild geh Was? Hä? Ich hab... Ey, ohne Scheiß Ich habe nichts Ich habe nirgendwo gehauen Das spielt ja nicht Ich bin der Alte Jetzt auch Boah, nein, Alter Ich bin jetzt wie ein Typ